Wolfgang Krupp, Inhaber von Trigema, Kaufhof, Karstadt und so weiter richtig angegriffen. Dass die größten Versager unsere Kunden waren. Weil er sie Versager genannt hat. Genau das gleiche, was ich mache. Er hat sie sogar noch übler beschimpft. Wo ist Karstadt? Wo ist Kaufhof? Sie nannten sich Kaufhauskönige, Versandhauskönige, Neckermann, Quelle, Schöpflein und so. Diese Arschlöcher haben alle pleite gemacht. Das muss man einfach mal klar sagen. Exakt die Worte genutzt in dem Video. Ich fand's, ach, ich hab mich so gefreut.